so farbentechnisch meinte ich jetzt eigentlich lasst uns bitte alle hier auf der seite landen ja natürlich, da ist ja auch der boss ja ich meinte das jetzt auch für tara nicht, dass die jetzt auf der anderen seite landet und dann alleine ist ach so, oh, äh ich hab grad fast direkt vor dem gegner gelandet scheiße ich hab keine waffe! ich auch nicht! gegner oder bot? bot! aber ich hab trotzdem keine waffe ich hab noch mehr bots mitgebracht mhm, toll! ok, jetzt hab ich wenigstens das da damit kann ich mich wenigstens mit dem boss mal anziehen ich hab noch nie mehr impala, hier, 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 hier so, bot nummer eins ist erledigt also wenn du magst, kannst du deine waffe, die du mir eben gedroppt hast, wieder machen ich hatte zwei davon ach so aber wir müssen aufpassen, weil die haben jetzt das ding hochgenommen, die wissen wo wir sind und nein, farben sind wir noch einmal daneben und nein, farben sind wir noch einmal daneben eine dingenspump eine dingenspump? ja, die schlafzahne in grün naja, die bots zählen ja auch, ich muss hier drei, drei dinge äh, äh, lichtschwert lichtschwert ich hab keine Ahnung, ob ich da runterkomme ich hab keine Ahnung, ob ich da runterkomme ich hab keine Ahnung, ob ich da runterkomme Tara, wo treibst du dich rum? ich hab für Tara auf jeden Fall ich hab für Tara auf jeden Fall ja, da vorne ist ein Gegner da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner da kommt ein Gegner beide low den einen ja, Tara muss sie doch ich muss sie töten sorry oh shit, einer fehlt jetzt noch äh, ne, Tara ah, ne, der eine war ein Gott 1-7, für dich hab ich auch noch einen hier unten ist noch ein Gegner hier unten ist ein Gegner du machst... ah, ne, warte, ich boss ja der ist im Wasser, pass auf der ist da... ja, der ist hier im Bunker der... ja der ist aber nur da und der ist nur da und ok, der... den konnte ich nix alles gut, alles gut, hab... hab schon wie mein... ich wollte gerade sagen, der war sofort tot im Pala du brauchst auch noch ein BG ja ja ja, schon wieder der hat noch nicht, wir brauchen nochmal ich nehme die... ey, lass, ich nehme die Fässer äh, hier ist auch noch ein BG ja nehmt die mit ich nehme die Fässer was ich... was ich brauche ist noch ein Sturmgewehr und äh... Raketen-Money Raketen-Money kann ich dir geben? mhm ja, wenn ihr die BG's nicht nehmt, dann nehme ich die BG's mit ok ok, auch hier sind noch welche übergeblieben ja, ich kann mich nicht da mal so... ok... 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 Ich bin in ein Auto und zum Megas... Gegner? Ja Ja Was? Also ich nehme mal an, wenn ich da bin, ist der schon tot Ja Hier wäre ein Auto Ja, Sekunde Nein Ich binkeeper Jetzt Evolution Ey, ich treffe mir da und reiche mich. Geh ich noch? Ich weiß, egal. Für uns ist er rausgesprungen. Ernsthaft, so schön gefahren die ganze Nähe. Oh, ich bin sehr stark. Oh, ich bin sehr stark. Also ich hab schon gefehlt. So, dann gucken wir mal, ob der Boss noch da ist. Wie ging es denn, mal runter zu gehen? Ich aktiviere uns mal. Das war da und dann versuche ich auch mal wieder zu euch zu kommen. Wo ist denn der Boss? Wahrscheinlich da oben, wo es so viel geballert ist. Dann gehe ich auch noch raus. Ich sehe einfach eins über uns dann. Ich hab einen. Habt ihr Gegner oder nur die Bots? Gegner auch. Ich muss auf jeden Fall den Boss töten. Wenn der nicht schon tot ist. Wenn der nicht schon tot ist. Ja. Ich kann dir ein paar Schmutz geben. Ich bin... Du bist von mir weggerannt. Ich dropp dich hier auf der Treppe. Danke. 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 Wie. Ä ey! Äh, wo seid ihr denn da runter? Ach hier! Hat zufällig irgendjemand irgendwo ne Sniper gesehen? Nö, oder? Nö, nö. Ääääää. Selber E-Kül. Säurel. 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 Das war's für heute. Okay. Hier ist gleich die nächste Zone übrigens. Hat es in Fortnite schon immer so realistisch geregnet? Ich weiß gar nicht, ob es vorher überhaupt geregnet hatte. Ich glaube nicht, ich glaube da gab es nur Tag und Nacht. Ich würde gerne einmal auf die Bahn zu den Holo drohen. Ah, keine Sniper, möchtest du eine Pumpe? Ich habe da auch eine Pumpe geholt. Wow, die Pumpe kam jetzt gerade auch nochmal aus der Kiste. Noch 20 Gegner. Ja. 18. Und da hingehen. Jetzt habe ich natürlich keine Schlüssel mehr. Ich kann dir noch einen Schlüssel geben. Ja, ich weiß halt nicht. Muss ich mal gucken, ob hier was ist. Nein. Wow. Wow. Ich wollte eigentlich über die Reifen springen, bin gefallen und zum Glück auf einen Pilz gelandet. Weil ich wollte nämlich eigentlich nicht in den Dschungel gehen. Da müssen wir aber gleich eh hin. Nein. Wir müssen hier hin, wo ich gerade bin. Also komplett weg von dir. Du musst hier rüber kommen. Vorsichtig, wenn du da hast, versuchst du rüber zu springen. Das funktioniert nicht so einfach. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Spielkind. Okay. Da oben sind aber, glaube ich, Gegner drauf. Das ist zumindest ein Pilz. Ja. Das Kopfgeld ist auch sehr nah. Jetzt hätte ich gerne eine Sniper. Ja. Der ist schon weit? Mhm. Jetzt nicht mehr. Aber der kann doch auch nicht weg und der muss ja gleich weg. Ja. Ja. Du bist jetzt nicht weg. Aber wir haben auch noch andere Gegner, ne? und links habe ich vorhin schon die raketenrammel gehört ja 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 der auch der ist irgendwo hier unten gelandet der ist hier unten hast du ihn? nein nein hast du was gefunden? oder? ja, geht klar oh, hier formen wir uns auch einer da unten sind beide tot also einer noch ah sehr schön ja 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 וב